Das hatte ich Bock, mit euch anzuschauen. Die Tricks mit Essen to go ist zwar so ein bisschen manchmal auf Boomer-Humor angelehnt, aber ich mag den Redakteur davon, den Sprecher, und ist ein interessantes Thema. Und ich schaue die immer sehr gerne, diese Formate. Und was da teilweise auch rauskommt, huch, schauen wir mal zusammen rein. Starten wir mal wieder von vorne, ich habe vorhin schon durchgeskippt. Salate, Sushi und Fertiggerichte. Böse Überraschung beim schnellen Essen aus dem Supermarkt. Essen to go, kennt man. Jeder schon mal gekauft. Sogar mehr oder weniger. Da wird Geld gemacht. Da musst du auch schon lachen. Das ist ja wirklich so. Ich meine, es kauft ja irgendjemand. Das schmeckt tatsächlich, wie es aussieht. Fastfood-Restaurants und ihre Masche mit vegan und vegetarisch. Was da wirklich drin steckt. Das ist ein gesundheitliches Drama, wenn man sich das anschaut. Aha! Und Gewinnmargen, wie Unternehmen mit überteuerten Produkten dreist Kasse machen. Das sieht ja lecker aus. Du könntest zwölf Sandwiches zum Preis von dem einen machen. Und das ist schon krass. Die Tricks mit Essen to go. Ja, dann bin ich mal gespannt hier. Schnelles Essen für Unterwegs. Ein Milliardengeschäft. To-go-Gerichte kaufen Menschen in Deutschland am häufigsten im Supermarkt. Am liebsten Salate, Sandwiches, Wraps. Ich habe mir auch mal bei Flink, bei Flink habe ich mir auch mal diese Rewe-To-go-Sandwiches bestellt. Irgendwie 5 Euro oder so für ein Sandwich. Die waren aber schon lecker. Lecker waren die auf jeden Fall. Oder Sushi. Und zugegeben, wenn es während unserer Dreharbeiten mal wieder schnell gehen muss, gibt es auch für mein Team und mich öfter mal den Snack auf die Hand. Lass es euch mal schmecken, ne? To-go-Essen. Ein Trend unserer schnelllebigen Zeit. Wir finden es heute an fast jeder Ecke. Eigentlich so dumm. Man lässt sich nicht mal mehr richtig Zeit zum Essen-Chat, ne? Was kaufen die Leute am häufigsten? McDonald's, Döner, Kebab. Salat. Das rote Thai-Curry. Ich glaube, eine Pizza, ne? Ja. Und Salat, ne? Gibt nichts Geileres, als sich ins türkische Restaurant zu setzen und einen richtig schönen Döner-Teller zu genießen. Sich richtig Zeit lassen mit Brot, kalten Getränk, Obst. Genau. Sushi. Und was ist denn mit sowas hier zwischendurch? Ja, geht auch. Ach was. Wirklich hier einen auf Obstsalat machen, aber dann mit dem Curryking um die Ecke kommen. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Und zwar würde ich Sie bitten, diese Produkte hier, wie sie dastehen, in eine Reihenfolge zu bringen. Also welches dieser Produkte hat am meisten Kalorien, bitte hier. Und welches der Produkte am wenigsten Kalorien, bitte hier. Wohlgemerkt gemessen auf 100 Gramm. Boah, ich glaube, der Curryking knallt schon rein an die Kalorien, oder? Ja, noch Öl. Die Sachen schon mal erstmal nach da. Also wenig Kalorien. Pass. Okay. Ich glaube, das ist relativ. Heute noch Ihr Boomer. Das ist Sandwich mit Käse, Rucola-Creme und Karotte. Also Big Mac ist, glaube ich, der absolute Burner. Big Mac, band den weg. Der Tagsbedarf ist ungefähr so, glaube ich. Wenig ist das. Den würde ich mal nach da. Jetzt habe ich so Hunger, Chat. So Appetit, Mann. Das Teil würde ich jetzt gerade inhalieren, ey. Das hier. Auf Platz Nummer 1. Und dann den Big Mac. Ich meine, da hast du eigentlich ein bisschen Salat noch dabei. So, also. Ja, so in etwa. Der Salat ist bei so Sachen sowieso immer nur Alibi. Äh, stimmt eigentlich gar nichts. Nein. Ehrlich, alles falsch. Ich muss eigentlich alles einmal umdrehen. Nein. Ehrlich? Das Käse-Sandwich hat zusammen mit dem Leerdammer-Sandwich am meisten. Die Currywurst hat am wenigsten. Hä? Ja, das überrascht mich jetzt. Das ist die Reihenfolge. Oh. Nach Kalorien pro 100 Gramm. Aber macht doch eigentlich auch Sinn, oder? So ein Sandwich soll ja auch länger was satt machen, oder? Vielleicht wegen dem Brot, dass es mehr Energie gibt, ne? Kalorien ist ja nichts anderes wie Energie. Einige To-Go-Gerichte aus dem Supermarkt und vom Bäcker sind also echte Kalorienbomben. Sogar mehr als klassisches Fastfood. Ernährungswissenschaftlerin Heike Lemberger überrascht das nicht. Was sie verglichen haben, sind die Kalorien auf 100 Gramm. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Big Mac immer noch gönnt von Magus, aber seit einer Weile kann ich den gar nicht mehr genießen. Irgendwie zwei, drei Mal einen nicht so geilen Big Mac erwischt und jetzt gar keinen Bock mehr auf den. Wenn ein Lebensmittel wenig Wasser enthält, dann enthält es eben auch viel Kilokalorien auf 100 Gramm. Jetzt sieht es so aus, in Wurst, Frikadellen und in der Kartoffel haben wir ungefähr noch 60 bis 70 Prozent Wasser. In Getreideprodukte, auch im Käse, haben wir gerade vielleicht nochmal 40 Prozent Wasser. Das heißt mit anderen Worten, es ist kalorienreich, bezogen auf 100 Gramm. Zum Schluss kommt es ja darauf an, wie viele Vitamine, Nährstoffe nehme ich eigentlich auf. Habe ich tolles Fett mit dabei oder hochwertiges Eiweiß. Und da schneidet definitiv so ein Fitnessbrötchen mit Sonnenblumenkerne und Käse und ein bisschen Tomaten deutlich besser ab, als im Vergleich zu einer Currywurst mit einer ganz langen Zutatenliste. Gesunde Zutaten, die sind vielen auch bei To-Go-Produkten wichtig. Und es gibt so einige Werbeversprechen, die den Kunden ein gutes Gefühl geben sollen. Bio. Ohne Zusatzstoffe. 100 Prozent natürlich. Gutes Essen. Aber wie gut ist die Qualität wirklich? Und was steckt noch an Vitaminen drin? Das Gesundversprechen. Wir machen eine Stichprobe und kaufen ein. Sushi und Salate. Dazu noch Tellergerichte zum Warmmachen und zum Nachtisch Obstsalat. Jeweils ein Exemplar geben wir zur Überprüfung des Vitamingehalts ins Labor. Außerdem lassen wir die Produkte auf Keime untersuchen. Mit einem zweiten Exemplar unseres To-Go-Essens fahren wir nach Knarrenburg in Niedersachsen zu Gastronom Ulf Ahrens. Der gelernte Koch legt Wert auf frische und gesunde Zutaten. Ulf, was für eine Erwartungshaltung hast du jetzt hier, wenn du dir das anguckst? Es soll frisch sein, es soll gut riechen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Am Ende sind es ja Produkte, bei denen wir auch in der Küche vorsichtig sind, weil sie eben leicht verderblich sind. Die sind jetzt hier verpackt und haltbar gemacht, ja. Aber das ist ja die Frage, leidet das Produkt am Ende drunter oder kriegen wir trotzdem ein frisches, tolles Produkt? Qualitätskontrolle mit Hilla und Ahrens. Los geht's. Zuerst der Salat von Penny für 1,99 Euro. Erster Eindruck. Also die Tomaten riechen ganz gut. Ja, ansehnlich ist nicht sonderlich. Aber jetzt der Salat, so jetzt erstmal, es ist keine schlechte Stelle zu erkennen. Und der Edeka-Salat für 50 Cent mehr mit Thunfisch. Ja, also gut riechend tut er, muss ich sagen. Riecht schön frisch. Also auch durch den Lauch wahrscheinlich ein angenehmer Geruch. Aber guck mal, im Vergleich zu dem. Durch den Sascha meinten die. Von der Vielfalt her. Ja, ist das schön. Da ist Mais drin, Paprika drin, Möhren drin. Das ist hier alles nicht. Wesentlich ansehnlicher, das muss ich auch sagen, ja. Zum Schluss Rewe mit 4,89 Euro der teuerste. Ja, der Linke, der Linke sieht absolut aus wie Mahon aus Prison Break. Definitiv. Wir machen mal diese Radieschen ein. Deutscher Mahon. Total trocken hier. Ja, gut, der liegt wohl schon ein bisschen länger oben drauf. Wäre doch so ein bisschen bräunig, ne? Und trocken. Boah, die Oliven hätte ich jetzt Bock zu inhalieren. Guck mal drunter und die Tomate, der sieht nicht besser aus. Der Hersteller erklärt uns auf Anfrage, die Verpackung besitze keine Schutzatmosphäre. Daher lässt sich ein leichtes Austrocknen einzelner Komponenten leider nicht ganz vermeiden. Vergammelte Stellen finden wir bei keinem der Salate. Die frische also zumindest optisch ganz okay. Und der Geschmack? Boah, die Soße, die haut halt alles kaputt, ne? Ja. Boah, scharf auch, ne? Also so essig scharf. Aber auch der Käse, muss ich leider sagen, ist... Ist Käse. Ist Käse. Er schmeckt wirklich original nach Runex. Bei Rewe muss das Dressing extra dazugekauft werden. Aber schmeckt da nichts. Das ist schon natürlich jetzt eine Enttäuschung, ne? Also ich sag mal, wenn ich mir so einen Salat kaufe, erwarte ich jetzt ja auch so ein bisschen diesen Olivenduft und den Geschmack. Und ja, also die schmecken wirklich komplett neutral. Und der Idica-Salat für 2,49 Euro? 2,49 Euro. Du schmeckst halt den Tollfisch. Genau, richtig. Stimmt. So, und damit ist es auch erledigt. Das andere schmeckst du da auch sowieso nicht draus. Trotzdem finde ich das noch am stimmigsten, sag ich mal. Eben hatte ich das Gefühl, ich will nicht weiter essen. Hier würde ich schon 2, 3 Gabeln von essen. Als nächstes das Sushi. Von Aldi. Boah, das sah schon gut aus. Die Lidl-Packung für 2 Personen. Und von Rewe. Ist da nicht auch, Chad, irgendwas drin, dass das so schön orange aussieht? Damit es halt lecker aussieht? Wir probieren uns durch alle 3 Boxen. Das sah einfach zu perfekt aus, finde ich. Kannst du machen. Kannst du lassen. Ja. Ich glaube, an Frische ist, das ist nicht das Problem. Auch in der Wurst-Chat, in dieser Leona-Wurst und in dieser Mischwurst und so, sind teilweise richtig krass Farbstoffe, damit die halt so aussehen, wie man es erwartet. Bei manchen Mixen wäre das einfach nur so ein brauner Fleischbrei. Da bin ich schon mal beruhigt. Da hatte ich wirklich am meisten Angst vor. Aber ich glaube, wenn man wirklich gerne Sushi isst und da vielleicht auch schon ein oder zwei Restaurants ausprobiert hat, dann wird man schon enttäuschter mit so einer Box. Punktet das Sushi dann wenigstens in Sachen Gesundheit? Fisch, Gemüse, Reis. Was soll man damit schon falsch machen? Bei Sushi denke ich immer, ist es wenigstens ein bisschen gesund. Dann schaue ich allerdings auf die Zutatenliste und die geht von hier nach Timbuktu. Boah, ewig lang. Je länger eine Zutatenliste ist, desto seltener sollte man ein Lebensmittel essen. Oder je kürzere eine Zutatenliste, desto gesünder. Und die Frage ist, was macht der Körper mit diesen Konservierungsstoffen, mit den Farbstoffen, mit den Kreuzkalkenmittel? Was steht bei meinem Wasser hinten drauf? Es gibt halt immer wieder Verdachtsmomente, dass es empfindliche Menschen gibt. Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium. Natrium, Durchfall, Hautausschläge. Und daher gesehen vermutet man schon, dass die ganzen Zusatzstoffe generell nicht gesund sind. Die drei Fertiggerichte kommen mit einer besonders gesunden Aufmachung daher. Wirkt auf den ersten Blick vielversprechend. Bio, vegan steht hier drauf, viel gut oder die Marke du darfst. Klingt, als ob es recht gesund wäre. Ist es das auch? Nein, also so richtig gesund sind sie nicht, weil das sieht man schon auch wieder an der langen Zutatenliste. Mit Maisstärke, mit Verdickungsmitteln. Chad, wisst ihr, warum die ganzen Bonzen alle so alt werden? Die haben einfach Köche, die ihnen den ganzen Tag irgendwelche gesunden Sachen machen. Das ist mir einfach zu schaul. Und dafür, die Zeit zu nehmen einzukaufen, ist ja auch gefühlt zwei Stunden nur fürs Kochen jeden Tag beschäftigt. Und dann wird die Zutatenliste kürzer, aber zum Schluss kommt eben auch natürliches Aroma. Und wenn es auch bio und vegan daherkommt, würden sie das nicht empfehlen? Auch wenn es bio ist, das heißt ja nichts anderes, dass zum Beispiel jetzt irgendwie die Meisstärke oder die Erbse vielleicht jetzt biologisch angebaut ist. Aber es bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass sie dann ausschließlich gesund ist. Und wie schmecken die Mikrowellengerichte? Wir bereiten alle drei Produkte nach Anleitung auf der Verpackung zu. Los geht's mit der Bohnen-Chia-Mischung von Reisfit. Hat so einen leichten, leichten, tomatigen, so ein bisschen säuerlichen Geschmack durch die Tomate wahrscheinlich. Aber ich mag diese Konsistenz auch überhaupt nicht. Komm, wir gehen schnell zum nächsten. Zum nächsten. Das Kichererbsen-Curry von Du darfst für 1,99 Euro. Äh, Apo-Red-Erbsen, meinte er. Ich muss auch schon lachen, das ist ja wirklich so. Ich meine, es kauft ja irgendjemand, ne? Das schmeckt tatsächlich, wie es aussieht. Das schmeckt auch wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht lecker. Und ich stelle dir mal so einen Curry vor. Also diese Frische, die so ein Curry hat. Und vielleicht auch ein bisschen Raffinesse. Also es ist halt sehr platt. Du darfst es ruhig stehen lassen. Ja. Der Hersteller begründet den Fadengeschmack mit dem geringen Salzgehalt. Die Rezepturen würden den von diversen Gesundheitsorganisationen empfohlenen Salzgehalt von maximal 3 Gramm pro Portion. Einhalten. So, ich setze jetzt alles auf unsere letzten Kandidaten. Bio und vegan. Schärfe hat es, ne? Geschmacklich. Muss man sagen, hat es zumindest ein bisschen Pfiff. Ja. Zum Nachtisch gibt es Obstsalat. Zuerst den von Rewe. Ja, es riecht jetzt nicht gammelig. Aber optisch mit der Kiwi. Kiwi sieht nicht frisch aus. Muss man klar sagen. Der Hersteller schreibt, man setze ausschließlich festes Obst ein. Eine kleine Druckstelle könne jedoch bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu einer Veränderung der Produktbeschaffenheit führen. Der Obstsalat von Kaufland ist insgesamt okay. Der von Edeka wirkt schon von außen am frischesten. Also wer wirklich fast täglich für sich einkauft, gesund kocht, sich dafür immer den Kopf und die Zeit nimmt, einfach ein Macher. Ich bin auch da einfach viel zu oft, viel zu faul. Einfach bestellen, jalla. Die Erdbeere. Ananas auch super. Ja, Ananas super. Erdbeere super. Kannst du nichts sagen, ne? Nein, gar nicht. Sehr gut. Überhaupt nicht zu behandeln, gar nicht. 0,0. Auch ich bin da eher ein Lacher als ein Macher. Suche hübsche Partnerin, die lecker gesund kochen kann. Alle Obstsalate. Ich heirate gerne auch den Chat alternativ. Haben wir im Labor auf den Vitamingehalt untersuchen lassen. Das Ergebnis wertet Heike Lemberger für uns aus. Das sind spannende Werte. Also sie haben hauptsächlich Vitamin C analysieren lassen. Und da kommt ungefähr, bei den zwei hier, kommt ungefähr auf 130 Milligramm Vitamin C raus. Das ist relativ viel. Das ist vergleichbar auch mit den frischen Produkten. Und in einem Produkt ist tatsächlich relativ wenig Vitamin C. Können die russischen Frauen gut kochen oder was? Die ist analysiert worden. Und zwar in dem von Edeka, der von außen am frischesten wirkte. Nur 8,61 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm. Bei den anderen beiden fast viermal so viel. Edeka schreibt uns dazu nur allgemein, die Obstschalen werden täglich frisch hergestellt. Je nach Zusammensetzung kann der Vitamingehalt von Packung zu Packung schwanken. Kommen wir zum Salat. Da haben wir ja auch eine Vitaminanalyse gemacht. Wie ist die ausgefallen? Das eine ist Vitamin C, das eben sehr wichtig ist für das Immunsystem. Da sieht es tatsächlich so aus, dass 40 Prozent weniger Vitamin C in diesen Fertigsalaten enthalten ist. Genau, aber noch schlimmer oder gravierender ist es eigentlich bezogen jetzt auf die Folsäure. Folsäure ist wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit. Und da habe ich sogar 60 bis 70 Prozent weniger Folsäure im Vergleich zu frischen Lebensmitteln. Also da muss man sagen, sind die Unterschiede doch sehr gravierend. Auch in den Fertiggerichten stecken deutlich weniger Vitamine drin, als die Zutaten frisch haben. Der größte Verlust beim Thai-Curry mit rund 85 Prozent weniger Vitamin C und etwa zwei Drittel weniger Vitamin E. Der Hersteller begründet den Vitaminverlust mit dem Haltbarmachen des Gerichts. Die Erhitzung der Produkte führt leider zu einer gewissen Reduzierung des Vitamingehaltes. Man arbeite bereits an einem neuen Kochverfahren, um den Erhalt an Vitaminen zu verbessern. Ungekochte Lebensmittel sind anfällig für Keime. Ungekocht, neuer YouTube-Kanal. Wie belastet sind die Produkte aus unserer Stichprobe? Das Laborergebnis. Der Salat von Rewe hat eine hohe Gesamtkeimzahl. Der von Penny viele Sporen eines Bakteriums, das sich bei längerer Lagerung stark ausbreiten könnte. Gesetzliche Warnwerte überschreiten beide hierbei aber nicht. Der Obst... Einfach Pokémon, einfach Schlafpuder und Stachisbohr. Der Salat von Rewe übersteigt einen Richtwert, den die Deutsche Gesellschaft für Hygiene festgelegt hat, erklärt uns Laborleiter Dieter Stanislavski. Schauen wir mal auf den Rewe-Obstsalat. Da gibt es eine Richtwertüberschreitung. Was bedeutet das? Der Richtwert ist der Wert, wo eigentlich der Hersteller eingreifen muss und eine Ursachenanalyse machen muss. Das heißt, warum ist das so? Es ist nicht normal. Gelbe Ampel. Gucken, was ist das eigentlich? So, und dort haben wir über 10.000 Darmbakterien nachgewiesen und auch Hefen. Wie ist das Ergebnis zu bewerten? Dass wir, sag ich mal, über 100.000 Hefen dort drin haben, das ist mit Sicherheit nicht normal. Ich würde das beurteilen als eine mangelnde Hygiene beim Herstellen des Obstsalates. Das könnte bei sehr empfindlichen Menschen Bauchschmerzen oder schlimmstenfalls Durchfall auslösen. Monta, hast diesen Trick. Der Hersteller schreibt uns, das Bakterienwachstum sei abhängig von der Rohware sowie von der Hygiene während der Verarbeitung. Nach unserem Hinweis habe man die interne Produktion überprüft. Abweichungen von den Hygiene- oder Produktionsrichtlinien wurden hierbei nicht festgestellt. Die Sushi-Boxen schneiden in der Keimanalyse am besten ab. Alle Laborwerte sind unauffällig. Das Essen aus Fast-Food-Restaurants liegt in Deutschland auf der Beliebtheitsskala auf Platz 3. Direkt hinter Snacks aus Supermärkten und vom Bäcker. Allein die Branchen-Giganten McDonalds und Burger King machen in Deutschland zusammen jährlich einen Umsatz von über 4 Mrd. Euro. Wie oft gehen Sie denn zu McDonalds? Zweimal im Monat. Einfach so, wenn ich mal was Deftiges brauche. Wir waren heute auf der Suche nach einer ganz normalen Pommes und dann fällt einem natürlich McDonalds irgendwo ein. Die haben ein tolles Konzept, kann man ja nicht anders sagen. Nämlich? Das macht süchtig. Magst du McDonalds essen? Ja, aber eigentlich esse ich immer bei Burger King. Die Portionsgrößen in Fast-Food-Restaurants Dann schau mal die Skandal-Doku, mein Kleiner. Restaurants werden nachweislich immer größer. Dabei wissen die meisten von uns, die fettigen Menüs sind alles andere als gesund. Auf Dauer ein Image-Problem für McDonalds, Burger King und Co. Deshalb greifen die Fast-Food-Giganten immer öfter zur Gesundmasche. Eine moderne, durchdesignte Inneneinrichtung. Digitale Menüanzeigen, Selbstbesteller-Terminals. Das alles soll den Besuch beim Branchenführer McDonalds so angenehm wie möglich machen. Und ein gutes Gefühl geben, sagt Markensoziologe Prof. Ahn Ziesche. In der Gesellschaft geht's ja immer mehr hin Richtung gesunder Ernährung. Wie schafft es McDonalds, dass ich quasi schon bei der Bestellung eigentlich kein schlechtes Gewissen mehr habe? Zum Beispiel diese Self-Service-Terminals, an denen ich dann sitzen kann und mir mein ungesündestes Menü meines Lebens zusammenstellen kann. Es ist natürlich was anderes, wenn ich zum Verkäufer direkt sage, sieben Doppelwopper mit Käse. Und so kann ich das ein bisschen umgehen. Auf der LED-Anzeige am Tresen werden gesunde Burger-Zutaten wie Salat farblich hervorgehoben. So stechen sie den Kundinnen und Kunden sofort ins Auge. Ist das Zufall? Das ist mit Sicherheit überhaupt kein Zufall. Denn das Gefühl soll ja vermittelt werden, dass ein Burger an sich ein vollwertiges, gesundes Essen ist. Und da ist es klar, dass ich das Gesündeste, was ich an diesem ganzen Burger habe, das lege ich natürlich in den Vordergrund. Und wenn ich hier dann so weitergucke, sehe ich links neben dem großen Burger mit dem Riesensalatblatt auch noch eine Flasche Wasser und ein Salat. Ist ja auch eher gesund. Ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das direkt daneben ist, oder? Es soll sich ja bei uns einhämmern, im wahrsten Sinne des Wortes, dass McDonalds eben auch andere Produkte auf der Karte hat. Ich meine, jeder kennt das Gefühl, aha, wenn ich jetzt das nehmen würde, würde ich mich deutlich gesünder ernähren. Aber nee, ich habe jetzt doch Bock auf die Pommes. Heute nicht. Heute nicht, aber morgen mache ich das. Aber trotzdem erreicht die Firma natürlich psychologisch, dass sich bei mir festsetzt, naja, ich könnte da auch einen Apfel essen. Burger, Pommes und Co. liefern kaum Nährstoffe. Dafür jede Menge Kalorien und Zusatzstoffe. Wer dem entgehen will, greift in Fastfood-Restaurants zu vermeintlich gesünderen Alternativen. Und die gibt's immer. Greift in Fastfood-Restaurants zu vermeintlich... Habt ihr schon mal so eine farblose und eklige Tomate gesehen? Alter, Bruder, was zur Hölle? Die stand da schon eine Weile. Tomaten generell widerlich. Also ich bin auch ehrlich, Chad, ich weiß, Tomaten sind gesund. Aber ich mag die Tomaten-Konsistenz von großen Tomaten, geschnitten, überhaupt nicht. So kleine, knackige Tomaten mag ich dann schon mehr. Aber diese großen Scheiben immer irgendwo drinne, boah. Rap statt Burger. Wir fragen Passanten in Hamburg. Wie viele Kalorien... Meine Mom zum Beispiel, die steht mega auf Mozzarella und Tomaten. Digga, der Mozzarella schmeckt nach gar nichts und die Tomaten sind ekelig. Die haben die vermeintlich gesunden Alternativen im Vergleich zu klassischem Fastfood. Veggie gegen Fleisch. Salat gegen Pommes. Chicken Wrap gegen Big Mac. Wir wollen von Ihnen doch bitte die korrekte Zuordnung, was den Gesamtkaloriengehalt jeder einzelnen Portion betrifft. Mit Balsamico, mega. Das war auch wieder so ein Frauending. Nur mal so als Orientierung. Ja. Der Big Mac hat 503 Kalorien. Ja, okay. Salat hat nicht so viel Kalorien. Wir haben 295. Ja. Kommt die Pommes eventuell 619. Das ist ein normaler Cheeseburger, ne? Ja, genau. Dann würde ich das mal so sehen. Und dann haben wir den Veggie-Burger. So. 295. Ich glaube, vielleicht ist das der Wrap. Dann der Cheeseburger. Das ist hier ein vegetarischer. Ja, Fleisch hat mehr Kalorien. Also, das würde das so von Ihnen hier meinen. Tendenziell die vordere Reihe weniger als die hintere. Tendenziell ist das ja auch ein bisschen gesünder, ne? Macht Sinn. Ist nur leider komplett falsch. Was hat 619 Kalorien? Nein. Was? Der Wrap hat zu viel. Der Salat hat mehr Kalorien als die Pommes. Das würde ich jetzt nicht von ausdrücken. Hier allein durch das grüne Papier denkt man ja schon irgendwie, ist besser. Das ist ja ausgetrickst. Alles betrug. Alles Veggie ist gesund. Da gibt es auch viel Mist dabei, um das salopp zu sagen. Die großen Fastfood-Ketten setzen bei vermeintlich gesunden Alternativen immer öfter auf vegane und vegetarische Optionen. Burger King bietet inzwischen sogar alle Fleischvarianten auch mit vegetarischen Patties an. Da haben wir ja gesehen, wie gut das in der Theorie auch umgesetzt wird, ne? Alles für die Gesundheit der Kundschaft. Also vegetarisch und Burger King in einem Satz ist halt auch einfach nur noch ein dickes XD. Heute wieder ein Veggie-Burger bei Burger King. Die Vegetaristen haben Angst, dass dieser Trend an ihnen vorbeigeht. Deswegen müssen sie jetzt alle beweisen, auch durchaus in der Auseinandersetzung miteinander, wer ist eigentlich der Pflanzlichere von uns. Für mich zeigt es eben nur wieder, okay, da ist der Trend und wir müssen jetzt aufspringen, aufspringen, aufspringen. Das Veggie-Angebot, also mehr Marketing als Gesundheitsoffensive? Wir wollen von Dr. Matthias Riedl wissen, wie viel Gesundes tatsächlich in den vegetarischen Burgern steckt. Ich habe jetzt mal die Zutatenliste des McDonalds-Burgers mir besorgt und die hat doch eine beträchtliche Länge. Ja, das ist gigantisch. Sieht aus wie aus einem Chemielabor. Ja, ewig lang. Wenn man drauf schaut, da sind allein schon acht Zusatzstoffe mit E-Nummern dabei. Dann haben wir da Kleister, um das alles zusammenzukitten. Wir haben aber auch einfach Kleister auf dem Burger. Moin Meister. Stabilisatoren drin. Wir sind auch Konservierungsstoffe drin. Aber auch ein weiterer Zusatzstoff hier noch ist enthalten. Und der steht im Verdacht, die weißen Blutkörperchen in der Art bei uns zu verändern, dass das sich auf unsere Immunabwehr auswirken könnte. Das ist ein gesundheitliches Drama, wenn man sich das anschaut. Das ist ein sehr guter Satz. McDonalds schreibt, ganz ohne Zusatzstoffe gehe es leider nicht. Vor allem dann, wenn auf vegane Alternativen zurückgegriffen wird. Grüß dich, Bro. Bei Burger King dagegen gab es keine ausführliche Zutatenliste, aber wir haben diese Nährwerttabelle gefunden. Wie bewerten Sie die? Also, erstmal eine Energiebombe mit fast 900 Kilokalorien. Das ist schon für den ganzen Tag über die Hälfte des Energiebedarfs einer normalen Frau. Dann haben wir einen enorm hohen Zuckergehalt. Und noch schlimmer, das ist beim Salz. Da haben wir 5,8 Gramm allein in diesem Burger. Und empfohlen sind für den ganzen Tag maximal 5 Gramm. Also, das ist nicht zum Verzehr empfohlen. Burger King schreibt, man biete eine große Auswahl an frischen Produkten und unterstütze seine Gäste durch Informationen zu Produktnährwerten in ihrer Entscheidung. Gesünder wollen die Fast-Food-Riesen inzwischen auch bei den Kindermenüs sein. McDonalds erklärt auf seiner Webseite sogar, das Happy Meal möchte einen Beitrag zur gesunden Lebensweise leisten. Das Menü biete eine ausgewogene Ernährung, die schmeckt und Spaß macht. Schauen wir doch mal drauf. Pommes, Burger, Ketchup, Orangensaft und dann hier so ein Fruchtquetschi. Wie gesund ist das? Das ist ein Prototyp einer wirklich ungesunden Mahlzeit. Und wenn ich das Kindern häufiger gebe, dann haben sie eine große Wahrscheinlichkeit, krank zu werden und nicht nur übergewichtig. Wenn ich das aber einmal esse, dann hat das auch schon Auswirkungen auf die Psyche. Kinder werden dadurch eher zappeliger, unkonzentrierter, vielleicht ein bisschen aggressiver in der Tendenz. Und damit ist das noch nicht mal für den einmaligen Verzehr geeignet. Wie bewerten Sie es dann, dass McDonalds das als ausgewogene Ernährung bewirbt? Das ist Verbrauchertäuschung. McDonalds entgegnet, durch Kombinationsmöglichkeiten ließe sich das Happy Meal optimal an den individuellen Tagesbedarf des Kindes anpassen. Wir haben halt auch für jede Frage schon eine Antwort, ne? Wer als Kind an Fast Food gewöhnt wird, greift auch im Erwachsenenalter häufiger zu. Und das funktioniert seit Jahrzehnten so. Ich meine, das ist auch geprägt. Und auch in meiner Kindheit-Chat waren wir ein, zwei Mal im Monat mit Papa im Schwimmbad am Wochenende. Und nach dem Schwimmbadbesuch sind wir zum Magus und haben uns ein paar Nuggets und ein paar Pommes gegönnt. Und als Kind hat man sich immer auf das Spielzeug gefreut, ne? Und so hat man halt schon, ja, früh Kontakt bekommen mit der Fast Food-Kette McDonalds. Sehr schlaues Marketing. Aus der eigenen Kindheit, das war damals was Besonderes, zu McDonalds zu gehen. Wir sind sonntags immer mit meinem Vater schwimmen gewesen. Genau, absolut guter Call von Melonidas. Auch diese Möglichkeit, Geburtstag bei McDonalds zu feiern. Junge, Junge, wir wurden ja richtig gecatcht. Und dann war es eigentlich so in der Regel, dass man dann einmal sich einen Burger holt. Ich glaube, wenn ich mal vom Zahnarzt gekommen bin und es gut gemacht habe. McDonalds als Belohnung? Ja. Und was gab es dann? So ein Happy Meal. Happy Meal? Happy Meal. Happy Meal. Ja, Happy Meal, immer mit Spielzeug. McDonalds präsentiert sich im Internet als Unternehmen, das für verantwortungsbewusste Kinderwerbung steht. Man befolge strenge Auflagen bei allen Marketingaktivitäten für Kinder unter zwölf Jahren. Doch reicht das aus, um sie vor zu viel Fast Food zu schützen? Wir treffen Tobias Effertz. Der Wirtschaftswissenschaftler hat eine mehrjährige Studie erstellt. Über Kinderwerbung für ungesunde Lebensmittel. Wie steht denn so McDonalds im Werbevergleich da? Es gehört auf jeden Fall das Unternehmen zu den Spitzenreitern. Sowohl in der Fernsehwerbung als auch in der Internetwerbung. Nach verantwortungsvoller Werbung sieht das jedenfalls nicht für mich aus. Denn im Internet finden wir nicht nur eigene Posts. McDonalds lässt sich in Sachen Werbung auch gerne unterstützen. So schwärmen zahlreiche Influencer in ihren YouTube-Videos für das ungesunde Fast Food-Essen. Oh, nee, nicht die! Oh mein Gott, Leute, die Soße schmeckt so geil. Das ist so lecker. So, Freunde, jetzt haben wir hier die sechs Happy Meals stehen. Oh, und alleine, Chat, ne? Nicht angegriffen fühlen, falls ihr die Frisur trägt. Aber ich sehe an der Frisur schon einfach wieder TikTok-Generation, Bruder. Sie sind noch in der Tüte und die packen wir jetzt aus. Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung, bitte. Ich sage es euch ehrlich, das hat mega, mega viel Spaß gemacht. Das war super lustig. Mach das doch einfach mal mit Freunden. Ich sage es euch ehrlich, das hat mega, mega viel Spaß gemacht. Das war super lustig. Das hat sie danach wahrscheinlich noch alles aufgegessen. Ich mache das doch einfach mal mit Freunden. Man muss klar sagen, das Influencer-Marketing ist mit die effektivste Form des Kindermarketings, die aus meiner Sicht momentan existiert. Influencer, ja wirklich einfach nur noch mal solche. Fließt denn da auch Geld? Ist das bezahlte Werbung? Teilweise. Über welche Summen redet man denn da? Ach, das sind schon üppige Salärs, würde ich mal schätzen. Fünfstellige Salärs im Monat sind da schon drin. McDonalds gibt uns gegenüber zu, Influencer teilweise für ihre Werbung zu bezahlen. Man vermeide aber generell bei Online-Werbung und bei Influencer-Kooperationen im Speziellen, Kinder unter 13 Jahren anzusprechen. Digga, niemand anderes schaut Rebecca Wing. Das schauen nur, keine Ahnung. Zehnjährige Mädchen. Welche Handlungsempfehlungen haben sie denn jetzt an die Politik? Wir brauchen dringend ein Verbot für an Kinder gerichtetes Marketing für ungesunde Lebensmittel. Das heißt im Fernsehen, bei den Sendungen, wo sehr viele Kinder zusehen. Noch nie gehört von der? Die hatte vor ein paar Jahren auch immer den ein oder anderen Shitstorm. War das nicht die Chat, die diesen Game-Master-Trend ausgeschlachtet hat und mit diesem komischen The-Ring-Mädchen abklatscht? Wo sie, keine Ahnung, mach niemals nachts um drei das und das. Da hat die bestimmt 100 Videos zugemacht. Völlig gestört. Internet auf den Seiten, wo sehr, sehr viele Kinder eben hinsurfen. Und das brauchen wir ganz dringend, um hier diesen flächendeckenden Einfluss, diesen permanenten Einfluss auf die Kinder zu unterbinden. Ach genau, Momo. Wir fragen beim Bundesministerium für Ernährung nach. Momo und Game-Master. Soll Werbung für ungesunde Kinderprodukte zukünftig strenger reguliert werden? Das Ministerium schreibt, man arbeitet derzeit an einem Gesetzentwurf, nachdem es solche Werbung bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben darf. Wie das umgesetzt werden soll und wann, dazu keine Aussage. Übermäßiger Junk-Food-Konsum macht gerade Kinder langfristig krank. Das gilt für Fast Food, aber auch für hochverarbeitete Fertigprodukte aus dem Supermarkt, sagt Zellbiologe Professor Thomas Bosch. Er forscht zu sogenannten Mikroben, den natürlichen Bakterien im Darm. Die sind wichtig für unsere Gesundheit. Das Hauptproblem, was ich sehe, sind Konservierungsstoffe. Die machen Nahrungsmittel haltbar. Das tun diese Konservierungsstoffe aber auch in unserem Körper. Die macht ja nicht nur den Muffin oder das andere haltbar, sondern diese Konservierungsstoffe gehen in unseren Körper, gehen in unseren Darm. Und da tun sie das, was sie tun sollen. Nämlich Mikroben am Wachstum oder sogar am Überleben verhindern. Und am Ende des Tages ist dann dieser Bakterienmix in unserem Körper anders. Und ich wundere mich immer, warum die Leute Lebensmittel zu sich nehmen, die eigentlich nicht wirklich Mittel zum Leben sind, sondern die eigentlich Mikrobenkiller sind. Was bedeutet das eigentlich für die Gesundheit der ganzen Gesellschaft? Das bedeutet, dass die Gesellschaft an einer Fülle von Krankheiten zu leiden beginnt, die es vor 70, 80 Jahren gar nicht gab. Durch hochverarbeitete Lebensmittel entstehen also ganz neue Volkskrankheiten. Besonders gefährdet sind Kinder, die schon in jungen Jahren übergewichtig sind. Uiuiui. Gott sei Dank gehe ich echt selten. Ich habe auch mal so eine Phase, vielleicht kennt ihr das Chat, so eine Phase, wo man dann doch mal in der Woche ein-, zweimal, dreimal zum Magus geht. Aber ich gehe auch wirklich super selten. Und wenn da halt auch mal, jetzt nicht das ganze Menü, sondern da holt man sich halt mal Nuggets auf der Heimfahrt oder das Eis. McFlurry mit Smarties, immer noch ungeschlagen von Magus. Mit einer extra Portion Smarties, das knallt immer. Das ist einfach lecker, ass fuck. Die Dickleibigkeit hat natürlich Folgekonsequenzen und hat Folgeschäden, zieht sie nach sich. Das ist zum Beispiel dann eben Diabetes mellitus, das sind Herz-Kreislauf-Schäden. Aber wir stellen auch fest, dass natürlich neurodegenerative Erkrankungen zunehmen. Und wenn wir, da denke ich jetzt besonders an Hauterkrankungen, wie die... Sollte halt ein extremer Luxus sein, Chat. Vielleicht einmal im Monat, maximal zweimal im Monat. Aber so selten wie möglich, ne? Dann ist das cool. Neurodermatitis und das hilft ja nichts, wenn wir heute 80, 90 Jahre alt werden können, was unsere Vorfahren nie konnten, aber dann einen großen Teil dieser Lebensspanne in einem Krankheitszustand haben. Wir haben es also selbst in der Hand, gesund zu leben. Natürliche Lebensmittel, wenig Convenience-Produkte und kaum Fastfood. Der Verkauf von Fastfood bleibt dennoch ein Riesengeschäft. Allein Branchenführer McDonalds. Ich, Chat, auch wenn man weiß, das ist nicht gesund, aber sieht der Burger nicht geisteskrank lecker aus? Der Verkauf von Fastfood bleibt dennoch ein Riesengeschäft. Oh, wenn der echt den Käse seh. Meine Frisse. Ich bin beeinflussbar. Ich werde gelockt. Was? Ekelhaft? Gewinn von rund 7,5 Milliarden US-Dollar. Ein fetter Ertrag, vor allem... Sieht garstig aus. ...bei günstige Waren eingesetzt werden. Mit Käse kann man mich immer locken. Wir haben jetzt hier Chicken McNuggets mitgebracht. Was glauben Sie, wie hoch ist denn da der Fleischanteil? Ich sag zu 60 Prozent, 50 Prozent. Nein, höher, würd' ich sagen. 60. 70. 90 Prozent. Es sind tatsächlich nur 46 Prozent. Wow, ist krass, ne? 46. Wahnsinn. Hä, und was ist der Rest? Wir unterhalten uns mal über die... Was ist denn der Rest bei den Nuggets? Pommes. Wenn wir großzügig sind, braucht man für diese Portion zwei Kartoffeln. McDonalds kauft Industriekartoffeln. Sie zahlen für die Kartoffeln vielleicht so drei Cent. Was kostet wohl die kleine Pommes? Die kostet, glaube ich, zwei Euro. Zwei Euro 70. Gutes Geschäft. Wobei das Öl ist ja jetzt... Das stimmt natürlich. So, anderes Beispiel. Also Pommes, Gelddruckmaschine. Coca-Cola wird gemixt aus Leitungswasser und Sirup, bisschen Kohlensäure rein und das Ganze wird verkauft für 3,49 Euro. Was kostet einen halben Liter Leitungswasser? 0,1 Cent. 300 Prozent Gewinn oder so. Ich hab's noch nicht ausgerechnet, aber irrsinnig viel, oder? Ja, klar, da müssten schon viele Mitarbeiter davon bezahlt werden und mieten, dass das gerechtfertigt ist. Billige Rohstoffe, teuer verkauft. Ja, Gelddruckmaschine, Chad. Auch andere Hersteller tricksen so, nicht nur in Supermärkten, auch beim Bäcker. Oh nein, nicht der Bäcker. Der Gewinn-Margen-Trick. Bäcker auch so geisteskrank teuer geworden, Chad. Die guten alten Zeiten, wo die Brezel noch 50 Pfennig gekostet hat, die sind auch lang vorbei. Viel günstiger wird Essen to go, wenn man es einfach selbst macht. Für unseren Test kaufen wir Produkte aus Schnellrestaurants, vom Bäcker und aus dem Supermarkt. Da hab ich mir letztens, Chad, hab ich mir geholt, eine Pfefferbrezel, eine Käsebrezel, zwei Kürbiskernbrötchen. Irgendwas, 6 Euro irgendwas. Ich dachte, ich hör nicht richtig. 6,50 Euro. Für zwei Brötchen und zwei Brezel. Springen alles zu Köchin Eliane Neubert. Hab ich geguckt auf die Käsebrezel, ob da irgendwie Goldstaub drauf ist und vielleicht auf der Pfefferbrezel so kleine Goldnuggets drauf sind, ne? Bei dem Preis. Aber tatsächlich leider nicht, Digga. Und auch tatsächlich bei den Kürbiskernbrötchen kein Diamantenstaub drauf gewesen. Elli, ich hab dir die Klassiker mitgebracht. Aus dem Fastfood-Bereich. Big Mac. Mhm. Den Whopper von Burger King, ein Sandwich von Subway, dann von der Bäckerei Junge. Bitte lasst wenigstens Subway noch einigermaßen gut sein, oder Chad? Überlegtes Brötchen und ein Sandwich. Schoko-Croissant 1,89. Das ist eigentlich so geisteskrank, Bruder. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die aussehen. Und da hab ich was aus der Werbung mitgebracht, wie sie im Idealfall aussehen sollten. Zumindest mal die ersten drei. Schau mal. Oh. Also es ist alles da, was auf dem Bild drauf ist. Also appetitlich sieht es nicht aus. Es ist ein bisschen farblos und ein bisschen trocken. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen, der Bruder. Schaut aus. Und dafür 5,10 Euro zu bezahlen. Finde ich mächtig. Ei, es ist schon gut, Chad. Die haben schon recht. Das ist halt, man bezahlt diesen... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennt soll, Chad. Man kann halt bei Magus oder auch, ne, Gott bewahre bei Burger King, man kann halt reingehen und man weiß, das und das Produkt und es schmeckt immer ungefähr gut so. Und dafür bezahlt man, ne, für dieses Freestyle jederzeit. Die Läden haben ja auch fast immer offen. Kann man rein, wenn es schnell gehen soll, ist lecker. Aber ich habe auch schon seit längerem, gerade wo ich auch jetzt hier mit Ernährung und Sport mehr auseinandergesetzt hab, hab ich immer das Gefühl, wenn ich mich so richtig bei McDonalds vollgestopft hab, bin ich danach einfach nicht lecker satt. Sondern dieses eklige, aufgeblähte Satt und dann auch eigentlich gar nicht so lange satt, obwohl ich so viel gegessen hab, ne. Weil es halt einfach keine guten Kalorien für deinen Körper sind, ne. So. Und dafür bezahlt man halt, ne, für dieses Schnelle. Und die machen da irgendwelche Zutaten rein, die kosten, keine Ahnung, 50 Cent und wir bezahlen das, ja, das Zehnfache. Wollen wir mal den Boppern eine Chance geben? Mhm. Vom Burger King? Ja. Bitte schön. Da hat man wenigstens was in der Hand hier. Der ist ordentlich. Ich finde, der sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen hübscher aus. Man sieht zumindest eine Tomate. Bisschen näher dran, ne. Das ist alles an der Stelle, wo es auch da ist. Bloß in etwas anderer Form. In anderer Farbe vor allen Dingen. Ja. Es ist einfach unrealistisch. Machen wir erst mal gleich Wraps selber. Beste Leben. Oh, da machen wir bitte einen weg. Mit. Einen weg. Selbstgemachte Wraps. Puh. Das ist ein bisschen zu schlimm und das ist ein bisschen zu schön. Irgendwo in der Mitte läge die Wahrheit, würde ich sagen. Jetzt das vegetarische Sandwich von Subway für 3,29 Euro. Mach zu den Lachs. Das ist die Vorgabe aus der Werbung. So soll es aussehen. Das sieht doch fast genauso aus. Boah, das sieht so unappetitlich aus. Du kannst es gleich sofort wieder zumachen, ey. Schauen wir uns mal noch die Brötchen von der Bäckerei Junge an. Was ich irgendwie so krass finde, ist, dass du denkst, oh schön, Tomate, Gurke und dann klappst du es auf und es ist genau eine Scheibe, die vorn am Rand liegt, damit es lecker aussieht. Und hier hinten hast du dann nur noch Butter. Einfach eine Mogelpackung. Butter oder höchstwahrscheinlich Margarine und Käse. Und das Salatblatt, das ist auch nur vorne übrigens. Auch alles vorne, damit es geil aussieht. Es ist so bodenlos. Es ist noch fluffig, es ist nicht angetrocknet. Wie ist denn das Schinken verteilt? Auch wieder nur vorne und das Ei nur vorne? Ja, schon eigentlich. Ja, also der Schinken, der ist ja hier oben. Hier oben geht er so einigermaßen bis hinten. Das Ei ist auch nur vorne, eine kleine Scheibe. Ich finde dennoch, dass von dem, was mir versprochen wird und von dem, was ich dann am Schluss bekomme, wir hier am nächsten dran sind. Gucken wir mal auf den Preis. Um herauszufinden, wie groß die Gewinnmarge der Konzerne ist, müssen wir jetzt jeden Burger und jeden Sandwich einzeln wiegen und zwar jede Komponente für sich. Das ist jetzt eine Fleißarbeit, aber da müssen wir jetzt durch. So können wir die Herstellungskosten für die Snacks berechnen. Ein Salatblatt. Und wie viel Soße ist da drauf? Ein Esslöffel vielleicht? Selbst die Gurkenscheiben, hauchdünn und mini-klein. Kleine Gucki-Muckis. Lass uns doch jetzt mal versuchen, die Produkte nachzubauen mit Produkten aus dem Supermarkt und Discounter. Ja, total gerne. Da liegt ja schon einiges. Mal gucken, was die dann im Vergleich zu diesen Produkten hier kosten. Bin ich echt gespannt. Ja, let's go. Auch hier schreiben wir genau auf, wie teuer unsere Menge an Zutaten ist, die wir für das jeweilige Essen brauchen. So berechnen wir den Preis für unsere Do-it-yourself-Variante. Oh Gott, schaut euch das an. Oh mein Gott. Wir können schon mal festhalten. Oh, sieht das lecker aus. Das Set. Kann sie bitte meine Köchin warten? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, würde ich da reinbeißen. Lecker Schmecker für Entdecker. Ui. Wir können schon mal festhalten, die selbstgemachten Produkte sehen auf jeden Fall schon mal besser aus. Und wenn wir jetzt uns den Preis angucken, dann wird auch ziemlich schnell klar. Ja, frisch gemacht. Frisch gemacht sieht einfach so viel besser aus. Im Vergleich zu McDonald's kostet der selbstgemachte Burger ungefähr dreieinhalb Mal weniger. Genauso bei Burger King. Huch. Und dem Sandwich von Rewe. Ein Drittel so teuer und wahrscheinlich zehn Mal gesünder, Chad. Vielleicht, Chad, vielleicht machen wir da irgendwann mal ein Projekt. Wir gehen alle regelmäßig zusammen einkaufen, machen uns gesünder Burger, Wraps und Sandwiches selber. Wir teilen das immer mit den Story-Morries. Weil man muss sich eigentlich nur, was das angeht, disziplinieren. Ich bin auch ehrlich zu euch. Meine Eltern wollten mir Kochen beibringen und immer habe ich die geghostet. Heute nicht, keine Lust, keine Lust, bla bla, puff, peng. Dann habe ich ein paar Mal selber versucht zu kochen. Reis mit Cordon Bleu, Reis mit Hähnchen. Ja, das ist mir so semi-gelungen. Es war schon essbar. Dann habe ich es einmal richtig verkackt. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja, meine Eltern haben es, muss ich wirklich den Schutz nehmen, meine Eltern haben es schon versucht, mir beizubringen. Aber ich hatte nie Bock, Digga. Immer zu voll gewesen. Das Brötchen vom Bäcker ist fast fünf Mal so teuer wie das selbstgemachte. Hier, das ist ja wohl der Hammer bei Subway. Du könntest zwölf Sandwiches zum Preis von dem einen machen. Alter. Und das bei den Preisen, die wir als Endverbraucher im Supermarkt zahlen und nicht bei den Preisen, die die Händler zahlen. Die haben ja noch niedrigere Preise. Klar, weil die millionenfach Produktion... Deshalb geht Subway so gut, Chet. Zwölffache Marge. Wie viel Prozent sind das? 100% wäre das Doppelte. Sind das 1000% oder sind das sogar 1200%? 1200% Marge. Hals, Maul, die sind einfach... Die drucken Geld. Einfach eine Lizenz. Das ist schon krass. Subway schreibt, man sei stolz darauf, hochwertige und frische Zutaten zu einem guten Preis anzuholen und habe eine der ausgewogensten und gesündesten Mahlzeiten im Markt. Jetzt mal unabhängig vom Preis, besonders gesund sind die Produkte ja nicht, oder? Nein, das ist viel Weißmehl, viel Fett, viel Zucker, weil das natürlich die Dinge sind, die günstige Sachen gut schmecken lassen. Gibt es denn auch gesundes Fastfood? Ja, ich habe da eine Idee im Kopf, wo wir das Verhältnis von viel Mehl zu wenig Gemüse einfach mal umkehren. Wir werden gleich Raps machen. Oh ja! Nehmen wir eine bunte Auswahl an Gemüse. Ja. Ein Ei. Hui. Auf den Dinkel-Vollkorn-Rap streichen wir Hummus. Ja. Noch Feta dazu. Ja. Nach Geschmack würzen und fertig. Fastfood, oder? Sehr fast. Wie ist es eigentlich auch so ein Preis? Super, wir haben ausgerechnet 2,14 Euro. Also durch zwei, 1,07 Euro für dich, 1,07 Euro für mich. Und es ist Bio. Okay, das kann man lassen. Lohnt sich, oder? Schnell ging es auch. Sehr gut. Die Fastfood-Industrie macht satte Gewinne. Um den Müll kümmern sich andere. Kosten, auf denen oft die Allgemeinheit sitzen bleibt. Achtlos weggeworfene Einwegverpackungen, verstopfte Mülleimer. Solche Bilder prägen unsere Innenstädte. Rund 770 Tonnen Abfall fallen allein in Deutschland. täglich durch To-Go-Verpackungen an. Der Verpackungsärger. Morgens 5.30 Uhr. Wir sind unterwegs mit der Stadtreinigung Hamburg. Besonders um den Bereich der... Das ist halt aber auch eine Frechheit. Einfach im Park abgechillt, ein Bier gesippt und einfach den Müll liegen gelassen. Bruder, wenn man den Müll mitnimmt, dann kann man ihn ja auch wieder mitnehmen und zu Hause. Der Fastfood-Restaurants, Coffee-Shops und Bahnhöfe herum. Müssen die Mitarbeiter kiloweise Müll einsammeln. Kai Jansson ist zuständig für hunderte Abfalleimer und Mülltonnen. Würde ich auch, Chatner, nennt mich ein Alman, würde ich auch hartes Ordnungsgeld für veranschlagen. In manchen Ländern kriegst du ja auch, keine Ahnung, 500 Euro Strafe, wenn du ein Kaugummi auf die Straße spuckst oder so. Müll liegen lassen, direkt 200 Eugen. Kann man direkt vor Ort abkassieren. Wenn er es nicht bezahlen kann, Ausweis wird eingezogen. Im Innenstadtbereich. Das passiert den Leuten einmal, dann machen sie es nie wieder. Nur so hört die Scheiße auf. Der Entsorgung immer öfter zu Problemen. Die großen Pizza-Pappen, die verstopfen uns natürlich die Eimer, weil die Leute, die nicht klein machen, das sind halt unsere Probleme. Und der Müll ist für die Jahre stetig gewechselt. Jedes Jahr rund 2,8 Milliarden Trinkbecher und 3,8 Milliarden Essensboxen. Allein in Deutschland. Ein Ausweg aus der Müllmisere, Essen to go in Mehrwegbehältern. Als wiederverwendbares Pfandgeschirr. Das kauft man einmalig, diesen Becher und diese Bowl und kann ihn in verschiedenen Läden auch wieder zurückgeben. Man ist nicht an ein Geschäft gebunden. Ja, das finde ich toll. Also das würden wir dann eventuell auch machen, wenn ich es wieder abgeben kann. Das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn natürlich genug Läden mitmachen. Ja, da müssen halt genug Läden mitmachen. So wie auch mit Sodastream und so. Da habe ich ja auch gehabt, Chat. Die Flaschen, wenn die Gasflasche leer ist. Gas, dann einfach im Edeka auf die Kasse legen. Sie nimmt die leere Flasche, gibt dir eine volle Flasche. Du fühlst nur den Inhalt. Das ist gut. Wir müssen aber auch halt genug Läden für mitmachen. Ich glaube, dass man damit auch mehr Leute erreichen wird, wenn das Angebot einfach präsenter ist. Wir fahren nach Berlin. Hier treffen wir Elke Salzmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Habt ihr schon mal so einen Allmannamen gehört? Elke Salzmann. Ab und zu drehe ich mal eine Runde COD, da bin ich auch der Carsten Salzmann. Sie kritisiert, die überwiegende Mehrheit der Gastronomen bietet kein Mehrweggeschirr an, obwohl sie dazu in der Lage wären. In der Lage. Wir haben die 26 umsatzstärksten Unternehmen im TKW-Bereich angeschrieben. Und da sieht man einen deutlichen Trend. Man versucht eher, Plastik zu vermeiden. Aber nur zwei von den befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie in Zukunft Mehrweg anbieten wollen. Ab 2023 verpflichtet das deutsche Verpackungsgesetz, Gastronomen Essen auch in Mehrweggeschirr anzubieten. Das bedeutet doch, dass alle sich nach dem Gesetz richten müssen. Und das wäre doch eigentlich schon mal ein Erfolg, oder? Leider nicht, weil es gibt eben noch ein ganz großes Schlupfloch. Die Unternehmen werden jetzt zwar verpflichtet, wenn sie Kunststoffeinwegverpackungen anbieten, gleichzeitig auch Mehrwegalternativen anzubieten. Aber was wir jetzt beobachten können, ist eben, dass es zunehmend eine Verschiebung gibt auf alternative Materialien, Pappe, Papier, Palmblätter. Und dann sind auch diese ganz großen Unternehmen natürlich ausgenommen und müssen keine Mehrweglösungen anbieten. So wie McDonalds. Der Konzern fährt seit Jahren große Werbekampagnen zur Nachhaltigkeit, rühmt sich auf seiner Homepage dafür, Müll zu reduzieren. Dabei setzt McDonalds auf dünnes Wickelpapier aus Grasfasern. Graspapier klingt erst mal gut, aber Graspapier besteht ja eben nur zu 30 bis 50 Prozent aus Gras. Der Rest ist eben Zellstoff aus Frischfasern oder auch aus recyceltem Material. Und dann muss man natürlich grundsätzlich sagen, alle diese alternativen Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen produziert werden, die haben natürlich gar nicht so eine tolle Ökobilanz, wie das suggeriert wird. Weil da wird Energie verbraucht, da wird Wasser verbraucht, um diese Produkte herzustellen. Und man benutzt die ja nur ganz kurz. Und man möchte sich dadurch natürlich auch aber ein grünes Image geben. Man möchte zeigen, wir sind die Guten, wir kümmern uns um die Umwelt und dem Verbraucher auch weiterhin gutes Gewissen geben. Das ist doch eigentlich klassisches Greenwashing, oder? Ja, das kann man als Greenwashing bezeichnen. McDonalds entgegnet, bei der Herstellung der Graspapierpackungen benötige man weniger Energie und Wasser als für herkömmliches Papier. Gründe hierfür sind die einfachere, mechanische Verarbeitung von Gras im Vergleich zu Zellstoff. Was müsste denn passieren, um dieses ganze Verpackungsproblem anzugehen und in den Griff zu kriegen? Es ist natürlich auch wichtig, dass die Politik eben auch die Rahmenbedingungen... Was ist Greenwashing? Ja, wenn sie einen halt auf nachhaltig machen und besser für die Verbraucher, aber es hinten raus eigentlich nicht besser ist, dann ist es Greenwashing. Also einfach Bullshit. ... für Mehrweg setzt, weil Unternehmen müssen ja auch die Sicherheit haben, wenn sie jetzt in Mehrweg investieren, dass das dann auch sich lohnen wird. Und sie die Sachen dann auch wirklich verkaufen können. Schlimmste ist sowieso, dass sie uns den verdammten Pappstrohhalm bei den McDonalds, Softdrinks angedreht haben und Tetrapaks, Durstlöscher, Capri-Sonne. Diese verdammten Strohhalme, die brechen mich jedes Mal. Und Unternehmen müssen verpflichtet werden, Mehrwegverpackungen anzubieten, egal was für eine Art von To-Go-Verpackung sie sonst anbieten. Früher konntest du dir da noch Zeit lassen. Jetzt musst du das Produkt schnell konsumieren, weil du hast eine tickende Zeitbombe an den Lippen. Du hast eigentlich im Schnitt nur 10 Minuten, dann ist der Strohhalm so zerknickt und aufgeweicht, dass du gar nicht mehr trinken kannst draus. Wenn du ihn überhaupt reinbekommen hast in die Capri-Sonne oder den Durstlöscher. Das Ding knickt ja auch gern mal. Oder diese Pappspitze ist manchmal einfach nicht hart genug, um überhaupt durch diesen Verschluss von Plastik durchzukommen. Das ist einfach kein gutes Produkt. Wir fragen das Bundesumweltministerium. Soll beim Verpackungsgesetz nachgebessert werden? Derzeit fände eine Prüfung des Gesetzes statt, aus der sich neue Handlungsoptionen ergeben sollen. Ministerin Lembke habe wiederholt signalisiert, dass sie Mehrwegverpackungen weiter etablieren will. Doch das kann noch Jahre dauern. Um die Müllflut in den Griff zu bekommen, ist also Eigeninitiative von uns Bürgern gefragt. Unser Fazit. Essen to go kann schädlich sein. Viel gesünder ist es selbst gemacht und oft auch billiger. Das schützt nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Umwelt. Also Chat. Zweitmacher, keine Lacher. Macht den Stuff selber, wenn ihr könnt. Gesund einkaufen. Und so selten wie möglich zu den Fastfood-Restaurants. Sehr gutes Video. Und alleine, wir sind ja auch alle Allmanns fast, alleine über die Gewinnspanne. Allein da. Das sind harte Zeiten. Und auch wenn ich die Subway-Sandwiches mag, 1200% Gewinnmarge, das gönne ich denen irgendwie auch nicht.